F***t euch alle mal! Oh 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 oh! Wawa! Können sie da bitte? Warum nicht? Vorgehen? Das geht doch gar nicht. Und warum kriegen wir die manchmal total schnell kaputt? Und jetzt wieder dauert das so lange? Keine Ahnung. Ja das ist, wie gesagt, die vier, fünf Treffer halten die aus. Mehr eigentlich ja nicht, aber das Problem ist, dass ich tot bin. Das Problem ist, dass wenn wir den einen nicht zeitnah kaputt kriegen, dann kommt der andere und macht uns fertig. Habe ich denn nicht noch irgendwas Großes, was Bumm macht? Kannst du nicht nochmal irgendwie so Granatwerfer nehmen oder sowas? Ich habe die Magnum vielleicht noch. Komm, nimm mit. Und dann lassen wir die Munition einfach zu Hause und nehmen noch ein bisschen Magnum-Munition mit. Das ist alles? Na gut, dann habe ich halt 21 Schuss. Vielleicht ist das ja super gut, die Magnum. Vielleicht ist die ein Schuss instant. Irgendwie. Ich probiere es jetzt aus. Come on! So. Ja. Okay. Dann erst noch. Ich hab keine Munition mehr. Oh Gott! Jetzt sieht man das auch mal von vorne. Ach, nur weil du da so ein bisschen links-rechts einen in die Nieren reinkriegst, stirbt man doch nicht sofort. Das wird eine tolle Wertung, hm? Ich will gar nicht wissen, wie wir gestorben sind. Ich glaube, fünfmal bis jetzt. Mindestens. Ich wollte gerade sagen, nur fünfmal? Okay, einen haben wir vorgeschlagen, aber mal jetzt gerade wieder zu. 2 warum ist denn schon tot ich weiß es nicht aber ich finde man gut ich hab mir mal geilen stein mit mir wenn ich jetzt noch ein paar schuss habe ausrüsten oder sommer direkt dahin laufen irgendwie ich würde jetzt folgt was auch wenn die können wir überhaupt dahin sprinte ich dahin legt die miene und renn einfach weiter dann müssen wir hoffen dass einer reinläuft bis hinten zur tür ja und dann nach rechts rum also ich sprinte jetzt einfach oder ich springe darüber legt die miene da rechts wo die treppe runter geht und lauf dann die treppe runter in der hoffnung dass er da reinläuft dann geht es jetzt hier mal weiter hallo hüpfen platzieren und rennen jetzt wollen wir zu sehen dass der dicke da reinläuft da kommt man kann sie denn jetzt auf dich fixiert wenn sie ja ruhig schon dicker natürlich wenn nicht der dicke rein hier bei mir liegt die maschinengeleitung falls sie gebraucht haben nicht okay also ich glaube ich mag die gerne sie die machen ganz ganz tolle da ist nämlich weg einer ist weg ja ich schlüssel gerade b mit auf oh scheiße oh oh ich hab mal gerade benutzt ne ja alles ok ich bin ruhig wichser so so fuck fuck ja mit der matron kann ich einmal anschießen dann sind sie benebelt und dann kann ich so wegtreten zack der zweite ist weg ja jetzt sind es eigentlich nur noch die schmalen machst du die gerade kaputt? ja so teils teils so warum ist die musik noch an? okay läuft hier noch irgendwo einer rum ähm ähm gewähren jetzt noch nicht gut voll was das gewähren geht soll ich mitnehmen? weißt du wieviel öppsten position hast du? äh 0 gib dir die gut dann kannst du mehr anfangen so oh man ey dann mal weiter also ich wir haben beide schlüsselkarten ja glaube ich die wir brauchen da oben lassen sie einfach weiter gehen ja das ist jetzt egal ob da jetzt noch hier unten eine rum eiert oder nicht meine herrschaften das war ne schwierige Geburt das war ne wieburt geh mal weiter so 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 ich kann es erklären ja ich höre dich ich höre dich lass dich für eine Minute lassen das ist ja ein Kontrollpunkt ja ich wollte es nur nochmal wiederholen ich will auch einen haben wir ja jetzt glaube ich aber auch wenn ich gewusst hätte dass die Magnum so viel Bums hat doch doch your plans are finished oh oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. This guy's lost. This may be our only chance. Do it. Things are really getting interested now, eh, Chris? Do you actually think you can defeat me? Die hatten beide eben gerade die Möglichkeit, egal wer das Zeug hatte, dem das in den Körper zu rammen. Ja. So, hier ist immer dein Speicherpunkt. Was ist das denn hier? Warum sind hier Hebels? Panzer-Abwehr-Rakete. Okay. Was? Ich mach mal hier betätigen. Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert, aber ich hab's betätigt. Okay, man kann's jetzt auch nicht mehr betätigen. Ach, da hinten ist noch einer. Ich werde mal Hebels betätigen, ne? Ich weiß zwar nicht, wofür. Du bist nur die Inevitable. Das sagt er jetzt schon zum x-ten Mal, glaub ich. Der Hebel ist kaputt. Na gut. Dann ist auch kaputt. Das ist toll. Das ist ein 5-Schuss. Deine Struggle ist vorbei! Er hat eine Rakete... Er hat eine Raketen? Wo ist der? Der ist ein Raketenwerfer. Uff. Er steht beim Flugzeug. Vor dem Flugzeug. Nein, jetzt ist er hier wieder. Hm. Natürlich. Okay. Man kann sich ihm zwar nähern, aber man kann dann nix tun. Ich kann ihm auch in die Brust schießen. Wie besiegt man den? Hebel haben wir, glaub ich, eine Bezwung, ne? Ja, bis auf einer. Der ist kaputt. Hm. Dann muss man den mit der Panzerabwehr-Rakete ersetzen. Weiß ich nicht. Gold haben wir. Nee. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Das ist okay. Nur die mit dem D.N.A. wird von Ouroboros wählen. Nur die mit dem Geist. wird die Geist in eine neue Jahrzehnte. Und ich will, du bist der Mann, der wird die neue Jahrzehnte. Genau? Das ist okay. Ah, pass mal auf, der schaltet die Hebel wieder ein und dann geht er zum... Hier oben sind noch mehr, jetzt kannst du Abwehrpaketen. So, ich hätte jetzt eine... Was mache ich damit? Panzerabwehrrakete? Weiß ich nicht, hier unten liegt irgendwo eine Panzerfaust. Ja, den habe ich und ich habe auch... Hast du auf den geschossen damit? Ich habe es versucht, aber ich habe nicht getroffen. Okay, dann versuche ich es nochmal. Ah, da bist du! Voll, oder? Du musst einmal hochgehen und die holen? Nein, lass mich noch. Bitte. Ich muss nur gucken, ob er nicht... ...wann immer der die Hebel betätigt. Ob er ihn vielleicht nochmal zurückbetätigt. Ich habe so das Gefühl, dass er... ... bei mir ist. Ich habe so das Gefühl, dass das wichtig für ihn ist. Oder vielleicht muss man... Vielleicht muss man mit dem Teil ja auch auf den Bomber schießen. Ich weiß es nicht, da ist noch ein Hebel. Was machen die Hebel? Ich weiß es nicht. Ich versuche es nochmal. Hinlaufen, gut. Muss ich jetzt da machen. Hast du das zu? Ich habe auf ihn geschossen. Festhalten. Komm mal ran hier an den Meter. Ding! Er wird weggeworfen. Okay, also wir müssen... Was tut er? Weiß ich nicht. Wir müssen... ...dem... ...Raketenwerfer auf ihn schießen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir... ...dass du dich heilen. Hast du noch Heilung? Ja, ich habe noch. Okay. Achso, ich muss erst den Raketenwerfer ablegen. Dankeschön. So, jetzt müssen wir... So, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir die Munition finden, ne? Äh, die ist oben in der Mitte. Oben in der Mitte, okay. In so einem komischen Glaskasten drin. Der kommt hoch. Ja, das dachte ich mir, dass er hochkommt. Ja, das ist... Okay, nein.